Hallo Isa. Hi Mike, ist Chick nicht bei dir? Nee, er ist in dem Jugendheim. Wir müssen ihn da rausholen. Womit denn? Mit dem Taxi da. Da ist das Jugendheim. Super, jetzt lass uns Chick da rausholen. Hey, was macht ihr denn hier? Wir holen dich hier raus. Geh ein Stück zurück. Na los, steig ein. Und, was machen wir jetzt? Wir können ja in die Malachi fahren. Ja, das machen wir. Wir können ja in die Malachi fahren. Wir können ja in die Malachi fahren.